Ich bin nicht glücklich, dass die Sirene angeht. Ich habe es auf meinen Sprachen, aber ich habe es nicht gut. Ich habe es auch nicht gut. So, wie gesagt, die Zeit ist reif. Wir werden halbwegs büttlich umfangen, bevor es losgeht, und ein paar kleine Einladen, wenn wir vorbereitet, wenn die Feuerwehr schon da oben ist. Bitte. Wir kommen rum, wir sind frisch in ihrem breiten Kopf. Was ist das früher mal so hart sein kann? Wir kommen auf den Kopf und breit und dann noch zwei. Und die Spiele haben. Du, wir schauen uns aus, einen Beichner. Du, wir gehen auch bis aus, wenn wir die Bier gestalten. Du, weißt du, dass wir nicht mal warm machen. Das ist ein großer Ort, wo wir sind. Wir gehen nach Wern, hier oben. Was ist denn da los? So, was soll denn los sein? Ja, gritt ihr! So haben wir eine Branche und die Feuerwehr. Nein, schau dich an der Hand essen. Du wirst doch den Einsatzhaus nicht sitzen da. Was kriegst du denn noch die Feuerwehr? Ja, deswegen stehen wir ja da. Und nicht mal ein Feuer noch hinten. Weißt du, wie passt das ist? Ja, aber jetzt sind alle bei der Feuerwehr, oder? Ja, zehnmal schräg. Was? Aber leid zur Impfung. Du bist wohl auch bei der Feuerwehr, oder? Ja, ich weiß es schon selber. Aber wieso löschst du das denn von? Hey, du, ja. Da fahre ich viele Nervenbranke. Ich meine, das wird jetzt ein Durscher. Ich meine, das ist Feuer. Wir haben auch erst nie hingegangen. Ja, und wieso nicht, wenn ich vorum darf? Wir wollen mir keinen Schlauch auf. Ja, ich helfe dich an. Ich sage, dass sie mich auch dahin kommen. Und nicht mal ein Schlauch. Zu Fuß. Wo ist das denn? 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 Nein, gut. Komm schon. Alles gehört mir zu. Dann muss ich das so und so. Und warum nicht? Ihr wollen mir in der Jolten-Karte den neuen Gras-Karten und die Kiste spielen. Blötsch, ja. Das ist aber nicht ein Wärmset. Oder? Wohin. Wo ist das denn? Wo ist das denn ein Witz wie alt? Ja. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo haben es denn? Und was ist das denn jetzt? Und was ist das denn? Jetzt kommen jetzt schon die andere anrufen. Ja, und ich denke, der hinten wird nicht alle. Ja, du, der meinten umgeleitet. Der meint so, ein Fischtennis zu mir. Und hier habe ich ihm gesagt, das ist kein Long Long Town. Ja, und wenn er es kommt, zögerst du dich jetzt halt. Jetzt hilf! Da ist er. Und Vince, ich kann von anderen Schichten nicht. Er kann nicht kommen, er ist im Finale. Du, er ist nicht das. Hast du, Vince, jetzt auch, wenn ich... Ja, jetzt, wir haben sie gesagt mit der Wörl, wie kann ich es denn tun? Nein, nein, nein. Okay, schau, ich will doch mal. Ach, 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 ach. Ja, magst du jetzt auch schon, vielleicht? Ja, danke schön. Ich frage mich rein. Ich suche es nicht in den Kanapier und den anderen Meistern. Ein Feuerwehr ist fast nicht gegangen. Aber wir haben es versucht. Verpernt hat da x Plaschen in den Kratten drin gehabt. Da haben wir vorher zu einer eingeladen. Das bin ich schon einmal geressen worden. Ja, das waren rührende Plaschen. Ein Träumer ist ein Träumer! Ja, mein Gott! Ja, mein Gott! Siehst du, da hilft wahrscheinlich ein kleiner Bein. Ja, du hast recht. Ich verstehe euch aber nicht. Wie soll es nicht in den anderen Stimmen? Ja, mein Gott. Wir sind vor der Entscheidung gestanden. Wollen wir jetzt den alten Gratten da hinten reden? Oder ihn zu neu in Gas kriegen, gell? Und da hat es eigentlich kein Gautos entschieden? Ja. Entschuldigung, wie soll es überhaupt, wie es Gautos retten? Ja, du hast genau nicht verstanden, dass du feierst, Herr Leand! Ja! Ja, ich bin ich! Es ist schon echt ein Regenumkampf! Probeer mal, München. Ja, es ist gut. Zum Morgen kommen wir da! Amen.